Hallöchen Leute! Willkommen zurück zu CSGOCAS.com Gambling natürlich. Du wolltest ja nicht angucken, wenn wir spielen. Und wir starten mit einem geschmeidigen Slotbetrag hier. 221. Kann man nicht mal gönnen. Kann man mal gucken hier. Kann man mal verlieren. Dann kann man immer 400 setzen. Wird man ein bisschen flöller die Folge hier. Genau, Dragonlord. Die nehme ich natürlich mit. Hab ich überhaupt kein Problem mit. So, okay. Gut. Spaß. Wir setzen jetzt 92. Einmal. Mal gucken, ob wir was rauskriegen. Ja, ist auch. Ist ja lustig. Genau, aber das mal 10. Kriegen wir nämlich genug? Gar nicht. So, 10 mal mit 200. Das klingt doch gut, ne? 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 Mein Glück hier kriegen wir absolut gar nichts. Man kennt das ja, ne? Die kriegen wir auch nicht. Ich ziehe das jetzt mit den 2 Minuten durch. Ich würde eigentlich erst heute Treeper spielen. Aber ich hab heute keine Nerven für Streeper. Natürlich die Hohen. Die kriegen wir nicht. Kriegen wir doch auch nicht. Was? Die kriegen wir doch auch nicht. Die kriegen wir doch auch nicht. Oder doch? Nein, doch. Die kriegen nichts. Die kriegen nichts. Also gar nichts. Oh. Doch. 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 Okay. Okay. Alles zurück. Wir haben Profit gemacht. 20 Cent Profit. Das ist doch richtig geil. Oder nicht? Das ist doch so. 20 Cent Profit gemacht. 1 A Nummer. So. Das kann man mit. Nehme ich noch mit dazu. So. Und wir machen wir noch einmal mit. 2 Minuten. Wie oft will ich eigentlich noch kommen? Jetzt weiß es diese... Also immer das für das Gemüse. Ich krieg sie nicht. Ich hab doch keine Ahnung. Was ist das denn? Die kriegen auch nicht. Okay. So. Ja. Frau raus die Scheiße. So. Warum ich die verkaufe? Weil ich nochmal mit. 39 spielen will. Und die Folge nicht ganz so. Die Primären endet. Machen wir nochmal auf 170 runter. Die kriegen wir nicht. War ja klar, dass wir hier nichts kriegen. Na gut. Wir starten nächste Folge mit 2,70. In eine neue Runde. Also haben wir eigentlich plus minus 0 gemacht. Diese Folge. Na gut. Vielleicht ein paar Cent wegen. Aber. Das ist ja nicht schlimm. Ich hoffe euch hat es gefallen. Denkt rein. Ihr könnt hier unter. Äh. Unter 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 unter. Unter free. Enter code. Könnt ihr hier hier so zockt eingeben. Und ihr könnt auf News klicken. Bekommt hier 150 Toren. Und ich bekomme die auch. Und das ist richtig geil. Finde ich jedenfalls. Ich hoffe ihr findet das auch geil. Ich finde es geil. Gut. Ich verabschiede mich dann mal. Ein schönes Wochenende auch. Danke fürs Schauen. Ich hoffe euch hat es gefallen. Lenkt an ein Like und ein Abo. Ich würde mich richtig freuen. Warum ich nicht aufhören. Ich habe keine Ahnung. Na gut. Ciao. Ciao.